Hallöchen Leute, hier ist wieder der Diegel. Willkommen zurück zu Quantum Break. Ja, beim letzten Mal, da hat uns dieses Geschütz hier auseinandergenommen, nachdem wir die Gegner geplättet haben. Und dann haben wir uns doch tatsächlich von den Scharfschützen auseinandernehmen lassen. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Okay, irgendwie muss ich hier ran. Und hier hoch. Ich bin beim Radar-Turm. Wo ist das Labor? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteiger eines Bond-Bösewichts? Ach, du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Heilfischbecken. Ja, das habe ich auch nicht vor. What? Scheiße. Ähm, was zum... Also eine Kronon-Quelle gefunden? Ist es hier irgendwo noch eine? Meine Güte. War hier nicht irgendwo noch eine? Ja, eben. Da unten oder da irgendwo oben? Gibt es hier noch sonst irgendwas, was man hier bedienen kann? Ich glaube nicht. Aber wir suchen natürlich weiter nach den Kronon-Quellen, damit wir schön weitere Upgrades machen können. Ah, da. Die sind ja so einfach zu finden. Also mich wundert es echt, dass ich da so viele übersehen habe in den vorigen Parts. Aber so bin ich halt. Augen zu und ab durch das Spiel. Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet. Leider ist Mr. Serene mit seinen vielen Pflichten beschäftigt, die notwendig sind, damit wir weiterhin die Kontrolle behalten. Der Stream fängt an. Geben wir Monark das Publikum, das Sie verdienen. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Wir betreten eine neue Phase unserer Operation mit neuen Risiken und Herausforderungen und einem neuen Herzstück. Dem Kronon-Feldregulator oder CFR. Es ist bekannt, dass dieses Gerät seit 2010 der Mittelpunkt unserer Forschung ist. Aber was nur wenige wissen ist, dass dieses Gerät im Zentrum von Monark's Plan steht, um die Gefahren der Zukunft zu meistern. Dieses Gerät. Alle runter! Okay. Wurde der Stream beendet? Jetzt. Was zum Teufel soll das? Okay, hier gibt es ansonsten nichts mehr, was man anfassen kann, bedienen kann. Also es geht um den Kronon-Feldregulator und es wurde geschossen. Ob Hedge getroffen wurde? Keine Ahnung. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja. Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Jojo. Jojo. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie viele feindliche Einheiten da unten auf uns warten werden. Maintenance, ne? Wartung. Und dann noch diese Aufzugmusik. Ach, du heilige Scheiße. Jack, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat Alarm geschlagen. Sie wissen, es ist korrig. Oh, oh. Oh, heilige. Kann ich da eigentlich schießen? Ähm. Ja, ich kann nicht treffen. Okay, verdammt. Ah, hier. Ich kann hier. Und. Ah. Komm schon, mach die Tür auf, Alter. Du musst hier raus. Bestätigt. Mach ihm Feuer unter dem Hintern. Ende. Ähm. Bitte nicht. Ich mag es lieber etwas kühler unter dem Hintern. Stimmt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Jupp. Die Nummer 11. Wir sind auf. Wir müssen auf 11. Warte. Emerald. Zufried Emerald. Die 11 ist auf F2. Da stimmt auch was nicht. Okay. Sehr schön. Ähm. Die haben wieder so eine, so eine Anomalie. Was ist das? Was ist das? Was ist das, als ob ich ausgesaut werde? Oh, oh. Ne, wir wollen das mal bitte hier abstellen. Kronon Dämpfer. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Oh Mann, also. Wir nennen es den Kronon Dämpfer. Gibt es hier irgendwelche Handlungsobjekte? Da hinten. Ah, sehr schön. Ich werde jetzt auch versuchen, ein schöner, braver Junge zu sein und versuchen, alle Handlungsobjekte anzusprechen. So, von Paul Serene. Rettungsbootprotokoll. Hat jemand vorher schon irgendwas geschrieben? Ansonsten ist es eine einzelne Mail, die ich einmal komplett durchlesen werde. Also, von Paul Serene am 9. Oktober, 17 Uhr. Das Rettungsbootprotokoll an Rettungsbootwarnung. Sehr geehrtes Personal des Rettungsboots. Der Tag, an dem wir mit Phase 3 unseres Plans beginnen, ist endlich gekommen. Heute Nacht werde ich eine Gala geben, um dieses monumentale Ereignis zu feiern. Sie alle sind eingeladen. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich schon von dem Ereignis gehört, das heute an der Riverport University stattgefunden hat. Dieser kleine Rückschlag hat jedoch keine Auswirkung auf unseren Weg in die Zukunft. Wir sind auf das vorbereitet, was als nächstes kommt. Ihr Teil dieser Reise hat noch nicht angefangen, aber der Beginn des Risses wird neue Herausforderungen mit sich bringen, die es wert sind, noch einmal genannt zu werden. Ich werde auf der heutigen Gala viele dieser Punkte nicht im Detail ansprechen können, da viele Gäste nichts zum Rettungsbootprotokoll wissen. Daher füge ich ein hochgeheimnis Dokument bei, das alle wichtigen Eckpunkte beinhaltet. Erstens der Weg nach vorne, unsere weite Reise. Zweitens Rettungsbootprotokoll, Status des Überlebensprogramms. Drittens Shifter, die Gefahren, die uns am Ende der Zeit erwarten. Und viertens FUE Tour, unsere Zukunft bei der Arbeit. Also Punkt 1, der Weg nach vorne. Am Anfang, als sie für das Rettungsbootprotokoll ausgewählt wurden, wurde ihnen ein Paket zugesagt, in dem sehr detailliert mehrere Ereignisse gezeigt wurden, die eintreten würden. Auch wurde betont, dass diese Ereignisse unausweichlich sind. Viele von ihnen waren skeptisch, aber jedes einzelne Ereignis ist eingetreten. Eins schließlich und zu unserem großen Bedauern der Beginn des Risses. Das ist der empirische Beweis dafür, dass ich die Zukunft kenne und verstehe und ich bin mir sicher, dass dies all ihre Zweifel beseitigt hat. Kein zukünftiges Ereignis, das ich erlebt habe, kann jemals verhindert werden. Oh, da ist schon mal ein Schreibfehler drin. Kein zukünftiges Ereignis, das ich erlebt habe. Da ist mit Doppel-S geschrieben. Das ist falsch. Na, na, na. So geht das nicht. Da hättet ihr lieber nochmal Probe lesen sollen und schauen sollen, ob das richtig war. Oder? Kein zukünftiges Ereignis. Ja, das wird das Ereignis umschrieben, da wird nur mit einem S geschrieben. Na, geht ja nicht. Dazu gehört das Ende der Zeit. Es kann nicht vermieden werden. Jedoch kann es überlebt werden. Das Überleben des Endes der Zeit war das primäre Ziel von Monarch Solutions. Und seit seiner Gründung und ihrer Loyalität zu diesem Ziel wird sich als unschätzbar wertvoll erweisen, während wir unsere nächsten Schritte machen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir stehen vor unveränderlichen Fakten und Opfer müssen für unser Überleben erbracht werden. Ab diesem Zeitpunkt werden wir diese Opfer in schneller Abfolge erbringen müssen. Obwohl wir das exakte Datum und die exakte Zeit kennen, wann das Ende der Zeit eintritt, wissen wir weit weniger darüber, wie sich die Anomalien und Unregelmäßigkeiten in der Zeit steigern, die dazu führen. Was wir jedoch wissen ist, dass es gefährlich werden wird. In den ersten 17 Jahren betreten wir einen relativ unbekannten Zeitraum. Wir werden währenddessen Anpassungen vornehmen müssen, sowohl wie wir auf die Wirkung des Risses als auch auf die weniger kosmischen Ereignisse reagieren, in denen wir uns wiederfinden werden. Wir bitten sie in dieser schwierigen Zeit um ihre Geduld. Punkt 2, das Rettungsbootprotokoll. Sie sind die auserwählten wenigen, die das Ende der Zeit überleben werden. Wenn die Zeit anhält, wird ihre Reise im sicheren Rettungsboot weitergehen. Die Kronon-Gewinnungsoperation steht kurz vor ihrem Abschluss und es wurde bestätigt, dass das Rettungsboot ausschließlich Kronon-Energie betrieben werden kann, die durch den Kronon-Feldregulator reguliert wird. Aktuelle Daten zeigen, dass das Rettungsboot für etwa 50 Jahre dauerhaft in Betrieb sein kann. Das sind natürlich subjektive Jahre, da außerhalb des Rettungsboots keine Zeit verstreichen wird. Von unserer vorläufigen Forschung ausgehend, die wir unter Verwendung des CFR angestellt haben, schätzen wir, dass es zwei subjektive Jahrzehnte dauern wird, bis das Rettungsboot-Team eine dauerhafte Lösung für das Ende der Zeit finden wird. Angesichts der Natur des Problems ist dies natürlich alle Spekulationen und die Lösung könnte länger auf sich warten lassen, als wir hoffen. Jedoch sind wir davon überzeugt, dass ab dem Zeitpunkt, an dem das Rettungsbootprotokoll aktiviert wird, wir unsere Kronon-Partikel-Reserve und ihre Haltbarkeit erhöhen können, bis zu einem Punkt, an dem wir eine Laufzeit von über 200 subjektiven Jahren erreichen. Oder anders ausgedrückt, wenn es eine Lösung für das Ende der Zeit gibt, bin ich mir 100% sicher, dass das Rettungsboot-Team genügend Zeit hat, sie zu finden. Drittens, Shifter. Wir haben sie alle bereits über die Gefahren durch die Wesen in der zerrissenen Krononwellenfunktion oder Shifter, wie sie auch genannt werden, aufgeklärt. Wir gehen davon aus, dass sie erst in den Anomalien auftauchen, wenn das Ende der Zeit näher rückt. Das Rettungsboot wurde Tests unterzogen und wir können mit absoluter Sicherheit sagen, dass die anomaliesichere Technologie des Rettungsboots vor den Schiftern beschützen wird. Unter Verwendung eines lebenden Exemplars in Dr. Kims Labor konnten wir nachweisen, dass Shifter sich ohne das Vorhandensein in der Anomalie nicht manifestieren können. Wir werden dafür sorgen, dass sie in die Sicherheit des Rettungsboots gebracht werden, bevor sie auftauchen. Deck 3 des Rettungsboots wurde als Unterkunft für die Striker- und Juggernaut-Squads von Monarch Solutions gebaut. Dies sind paramilitärische Einheiten, die für den Kampf gegen Shifter am Ende der Zeit ausgebildet sind. Für den Fall, dass jedoch aus irgendeinem Grund das Reisen außerhalb des Rettungsboots notwendig sein soll, wurden die Striker-Teams auch für das Navigieren am Ende der Zeit und für das erfolgreiche Ausschalten von Shiftern ausgebildet. 4. FUE-Tour Heute Nacht werden wir Ihnen VIP-Pässe für die Gala senden, die Ihnen einen Zutritt zu unserer Hochsicherheits-FUE-Anlage auf Gull Island ermöglichen. Von Ihrem technischen und wissenschaftlichen Wissen ausgehend sind viele von Ihnen natürlich schon ausgiebig mit diesen Arealen vertraut. Aber jene von Ihnen, die es noch nicht sind, werden diese Erfahrung zweifellos interessant finden. Wir laden Sie auf eine Tour ein, in der Sie verschiedene Teile der Technologie sehen werden, die Monarch während Phase 2 gebaut hat, um unsere weitere Reise fortzubreiten. Sie sind herzlich eingeladen, diese Gelegenheit zu ergreifen und sich jede Entwicklung selbst anzusehen, die notwendig ist, damit das Rettungsboot-Protokoll im Zeitplan fertiggestellt wird. Ihr Einsatz für unser Ziel wird unser Überleben sichern. Dunkle Zeiten kommen auf uns zu, aber sie sind das Licht am Ende des Tunnels. Sie sind die Erlösung und die Hoffnung der Menschheit. Zusammen werden wir überleben. Paul Serene Schon interessant. Also, Dr. Kim ist quasi eine Kronongeschädigte... Aha. Dachte ich mir doch, dass hier noch was ist. Eine Kronongeschädigtes Lebewesen. Zwei sogar. Ah, da komme ich so nicht ran. Ein Kronongeschädigtes Lebewesen. Und es ist halt eben leider so, dass dieses Lebewesen... Oh, wie komme ich da ran? Äh, wohl Shifter genannt wird. Also, hier komme ich locker ran. Und bei der anderen... Warte mal, da... Da kam ich doch her. Nee, da kam ich nicht her. Kann ich irgendwas... Ah, hier. Hier kann ich mir was anschauen. Was genau war hier? Oh nein. Oh nein. Also, Dr. Emerald... ...soll wohl was angetan werden. Kann ich nicht hier irgendwie durch? Das ist doof. Ich hoffe doch, dass ich zu der Kronongquelle da hinten komme. Warum hat die mir vorher schon Damage gemacht? Okay. Ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? So. Ich möchte mir natürlich erstmal hier... Der Alarm würde ausgelöst werden, sobald die Anomalie zu Ende war. Die Zeit war knapp. Okay. Ich werde jetzt erstmal wieder das Sturmgewehr ausrüsten. Oh Gott. Die Sounds, die zu hören sind, sind auch ein kleines bisschen erschreckt. So ein ganz kleines bisschen. Piu. So, und jetzt kommen wir aber zu der Kronongquelle. Das ist sehr schön. Das haben wir einige eingesammelt. Das müssen jetzt... Ja. Eine fehlt noch. Das wäre erledigt. Okay. Die haben wir... Oh, oh. Mensch, ey. Wo kommen die denn noch einmal her? Guck mal, wie die alle auf einem Haufen sitzen. Loll. Okay. Okay. Ähm. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Ja. Okay, das wissen wir schon. So, da oben sind auch noch ein paar Handlungsobjekte. Wo kann ich denn überall hin? Hier kann ich nicht... Oh, oh. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Oh, scheiße. What the fuck? Oh, nein. Endboss? Ist das so eine Art Endboss? Oh, zum Teufel ist sie zu sehen. Ähm. Okay, wir haben hier zwei Gegner. What? What the hell? Oh, du Scheiße. What the fuck, Alter? Ich wollte doch eigentlich... Ich wollte eigentlich gar nicht da durch. Ach, du Kacke. Da wollte ich nicht durch. Ich wollte eigentlich noch nach den ganzen anderen Handlungsobjekten suchen und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rein muss. Ach, du Heilige. Die lassen sich ja immer mehr einfallen. Dann kommen sie mit Scharfschützen und solchen Geschütztürmen. Und jetzt kommt das. Also zumindest hast du nicht immer dieselbe Anzahl an Gegner. Es wird also nicht langweilig. Ähm. Ah, warte. Wir haben jetzt hier noch ein... Schifter-Präsentation. Wesen in der zerrissenen Kronon-Wenn-Funktion auch Schifter. Schlüsseleigenschaften. Es wird angenommen, dass sie ein Stadion der Quantenüberlagerung assistieren. Umgeben von einem äußerst gefährlichen Störungsfeld. Äußerst widerstandsfähig gegen Verletzungen. Konventionelle Waffen sind nutzlos, bevölkern das Ende der Zeit, können nur im Nullzustand existieren. In Anomalien erscheinen wahrscheinlich, sobald der Riss fortschreitet. Daraus ergibt sich, Schifter können in keine Bereiche mit Anomalieschutz eindringen. Vorgehensweisen. Auf Abstand bleiben, falls nicht aggressiv, nicht provozieren. Konfrontation vermeiden. Zuflucht in einem Bereich mit Anomalieschutz suchen. Anomalieschutz unter allen Umständen aufrechterhalten. Falls Kampfhandlungen nicht zu vermeiden sind, zahlenmäßige Überlegenheit mit Kronon-Waffen herstellen. Keine Heldentaten. Okay. Jo, das ist mal... Kann ich jetzt hier mir da von dem Platz nehmen. Da kam ich eigentlich... Da kam ich her. Jetzt muss ich dann doch mal gucken. Ich dachte eigentlich, ich wäre da unten hergekommen. Was es hier unten eigentlich gibt. Es passiert immer häufiger. Okay. Oh, da habe ich gerade Panik bekommen. Okay. Ach, man hätte auch nur... Okay. Das wäre nur ein alternativer Weg gewesen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich will mich hier trotzdem noch so ein kleines bisschen umgucken. Okay. Hier war ja nichts. Okay. So. Bei der Tür jetzt einfach. Ah. Okay. Ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Das sicher ist Netzwerk spät. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Okay, diese scheiß Granaten, ey. Warum dann das alles? Oh Gott, habe ich gerade Panik bekommen irgendwie dieses komischen Clear Sound. Okay. Ah. Ich muss definitiv da lang. Gut zu wissen. Bei der Stoßpistole. Also gibt es hier noch irgendwas, was man sich angucken kann? Irgendwas, was hier ist. Ich muss wohl einen anderen Weg hineinfinden. Also muss ich doch hier lang. Okay, Leute. Dann werde ich an der Stelle. Nein. So. Werde ich den Part hier beenden. Und dann in Anführungszeichen der Endbossfight. Oder Mini-Bossfight. Oder was auch immer das dann sein soll. Das seht ihr dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich bin noch echt mal gespannt, wie ich mich gegen ihn schlagen werde. Wie oft ich gegen ihn sterben werde. Das, äh. Ja, der haut schon ziemlich rein an Damage. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.